Hallo Kinder, ich grüße euch recht herzlich zur 03er Mische Kraftbier aus Deutschland und auch ein bisschen was aus dem europäischen Ausland, aber ich würde sagen, starten wir durch! Aus Berlin, BALO mit ihrer Berliner Weiße, die über 4% verfügt am Start. Dann das Louis Barre Imperial, ein Bouquetlager mit 5,4%. Aus Slowenien, Tectonics, Dizzy, Ipa, Americana mit 6,1%. Das gab es beim Lidl und ich würde mal sagen, zieht es euch rein. Dann eine neue Brauerei aus Hannover, Nordstadt Braut und zwar das Pro Bier 3067 Pilsner mit 4,8%. Ebenfalls vom Lidl, das Italian Red Ipa mit 5,2%. Aus Bielefeld, das Flutlicht mit 4,8%. Und ebenfalls 4,8% das Ipa von Von Freude aus Hamburg. Ja, 03er Flaschen sind genau die richtige Größe, um entspannt durch den Tag und das Wochenende zu kommen. Ich wünsche euch erstmal schöne sonnige Tage. Macht's gut, Kinder!